Hey Skat-Freunde, die meisten von euch werden es heute intuitiv mitbekommen haben. Es ist Freitag und Freitag ist natürlich Rätseltag. Es gibt ein neues Skat-Rätsel zu lösen. Flammendes Herz von unserem Junioren-Nachwuchsstar Theo Liebing kann ich euch ans Herz legen. Das ist aber nicht das Rätsel, was wir uns heute anschauen wollen. Da solltet ihr euch erstmal selber mit beschäftigen. Ich habe heute richtig Lust auf die Nummer 199 des Wahnsinns Fette Beute. So ein von der Schwierigkeit in der mittleren Kategorie angeordnetes Rätsel. Und das schauen wir uns heute mal an, was da los ist. So, den Text. Die Entscheidung zum Peak Solo ist vernünftig, auch wenn das Spiel schon sehr dicht an einem Gang dran ist. Gegen einseitig verteilte Trümpfe wird es mal wieder unerwartet knifflig. Diesen Text solltet ihr natürlich gerne mal zur Kenntnis nehmen. Man hat ja immer schon so einen ganz kleinen Vorsprung, den man am Tisch normalerweise nicht hätte. Also Trumpf wird nicht so rund stehen, ist aber auch dann nicht die riesige Überraschung, wenn du diese Karte jetzt als Peak taufst und wir sie hier als Rätsel vor uns liegen sehen. Denn normalerweise geht es ja hier sehr, sehr häufig dann nur um Schneider. Die Drückung auch, denke ich, komplett plausibel. Man drückt sich das Blatt sauber, hat an sich nur ein Herz, so eine kleine Lücke. Und ja, zum Gang in Hinterhand ist das, ohne noch den fünften Vollen irgendwie zumindest im Keller zu haben und ohne den Kreuzbuben und vielleicht, wo auch noch der Pik-König zu dritt draußen sein kann, ist das vielleicht wirklich eine vernünftige Entscheidung hier, nur auf den Pik zu gehen. So, Herz 8 kommt auf den Tisch, erwartungsgemäß blank. Und Mittelhand macht hier auch einen typischen Fehler, den ich euch auch, falls ihr eben mal im Gegenspiel in der Mittelhand mit so etwas wie 7 da mit 10 oder 8 da mit 10 sitzt und dann kommt eben entweder die 8 oder die 9 raus, empfehlen kann, behaltet da ruhig die Nerven und legt die 7 drauf. Die Dame ist so ein bisschen halbsteif, so der Versuch, die Konstellation auch noch abzudecken, dass der Partner unter dem Ass gespielt hat. Aber das ist natürlich eher ziemlich selten der Fall. Häufiger ist es so, dass das dann blank ist. Am echten Tisch würdest du es vielleicht auch so ein bisschen von der Körpersprache abhängig machen oder davon, wie schnell diese Lusche auf den Tisch kommt. Aber so gibt es tatsächlich dem Alleinspieler hier die einzige Chance oder ein klar besseres Spiel und in dem Fall die einzige Chance, das Spiel tatsächlich zu gewinnen. So, also mit dem König geschnippelt. Ich denke, Buben zu ziehen ist jetzt hier noch ganz üblich. Und dann sieht man plötzlich das Elend-5-Trumpf stehen dagegen. Und das ist jetzt auch gar nicht mehr die riesengroße Überraschung, dass der Spieler dann eben gar kein Herz mehr hat. So, wir jetzt fortsetzen. Hier gibt es jetzt tatsächlich nur noch eine siegbringende Karte. Kreuz Ass, die vielleicht am echten Tisch auch einem naheliegend erscheint, macht man sich eben tatsächlich ein bisschen zu kurz. Es gibt im Endspiel Situationen, wo man diesen Einschub noch braucht. Und tatsächlich muss man auch die Stärke von Trumpf Ass 10 und dem übergebliebenen Buben noch ins Feld führen, damit der Spieler ja einen Trumpfstich weniger macht, als er sonst eben machen würde. Deswegen tatsächlich ist es nur Herz Ass. Und es wird vielleicht dadurch auch ein bisschen logisch, dass der beste Zug vom Mitspieler ist, da die Herz 10 reinzulegen. Und damit haben wir mit der Herz 9 eben immer noch eine Stehkarte im Blatt. Das muss man aufmerksam gesehen haben. Links hat mit der Lusche gestochen. Das heißt, sie hat noch zwei Buben in der Hand und den Trumpf König. Und deswegen gehen wir hier eben nicht mit dem Vollen ran, sondern nur mit der Dame. Die 7 wäre auch möglich. Und spielen ganz easy nochmal Trumpf raus. So, der wird natürlich mitgenommen. Soweit, so schön. Und jetzt kommt hier eben schon der Karo, den wir stechen können. Erneut mit der 7, damit wir noch diese beiden mittleren Trümpfe behalten. Quasi Ass und 10 gegen den fehlenden Bauern und den Trumpf König. Und jetzt sieht man auch, dass es eben eine gute Idee ist, das Kreuz Ass noch in der Hand zu haben, damit wir dann hinten raus da eingespielt werden und auch mit der Herz 9 noch den Stich machen. Und ja, wie wichtig diese Herz 9, dieser extra Stich dann gleich ist, das sehen wir auf dem Weg. Also links ganz easy lässt unser Trumpf 10 laufen, will wirklich jedes Auge haben. Und wir stehen jetzt erst auf 58 und zum Glück macht diese Herz 9 dann noch hier den Stich auf 61. Und ja, das ist tatsächlich die maximale Augenzahl, die wir mit diesem Spiel nach dem ersten Stich gegen ein perfektes Gegenspiel und gegen diese 5 Trümpfe erreichen konnten. Und ja, so einfach war das nicht. Und natürlich, es ist eine echt gespielte Partie. Mit Matthias am Tisch war ich dabei. Danke für die Einreichung. Dufter Typ übrigens. Wenn ihr aus Schleswig-Holstein kommt und einen Skatverein sucht, dann guckt doch mal nach, ob ihr da in der Nähe andocken könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Rätsel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Und wie immer, gut glatt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020